Agni-Kundasana ist die Stellung des Feuerplatzes im alten Indien und auch im modernen Indien und auch bei Yoga-Vidya gibt es Feuerzeremonien, Homa, Jagna, Agni, Hotra, Havan und da gibt es einen sogenannten Kund, Homa-Kund auch genannt, in der man eben das heilige Feuer entzündet. Von oben ausgesehen ist es viereckig und in diesen Homa-Kund kann man dann einen quadratischen Holzscheit reingeben oder eben auch einen quadratischen Kudung-Scheit und Agni-Kundasana sieht ähnlich aus und du kannst auch die Vorstellung haben, dass dein inneres Feuer entzündet bzw. Agni deine Unreinheiten verbrennt. Felix zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Lotus. Du gibst den rechten Fuß auf die linken Oberschenkel, den linken auf den rechten und dann faltest du die Hände, die Arme vor dem Bauch und du beugst dich nach vorne. Wenn du kannst, legst du dich so nach vorne, dass die Schulter bis zum Knie geht oder in die Richtung zeigt und auf diese Weise ist der Homa-Kund in einer Art Viereck zwischen Gesäß und Knien und Kopf von oben betrachtet. Das ist ein Viereck und das ist der Homa-Kund, denn Homa-Kund ist wie eine umgekehrte Pyramide und zum anderen von oben bildet deinen Rücken so etwas wie der Brennscheit, auf dem dein Agni, das Feuer, das heilige Feuer, die Wesenheit des Feuer ihren Sitz machen kann. So kannst du dich so nach vorne beugen und dir jetzt vorstellen, dass du dich öffnest für das göttliche Feuer in dir oder auch von oben und dieses Feuer möge deinen Enthusiasmus entzünden, alle Unreinheiten verbrennen und dich zur Einheit mit dem göttlichen Licht führen. Wenn es dir gefallen hat, klick doch schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir, teile die Sendung mit anderen. Felix, Sukadeva und Eduard hinter der Kamera wünschen dir viel Freude beim Ausprobieren von exotischen Asanas.